Ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem weiter Part Let's Play Tales of Vesperia. Ich bin das Neumens im Mafix. Wir sind hier in der kaiserlichen Hauptstadt und zwar im Schloss von Saphias. Und wir haben dort einiges vor. Wir wollen nämlich es schaffen, Estelle aus den Klauen von Alexei zu reißen. Dafür haben wir beim letzten Mal hier das Rätsel der Göttinnen abgeschlossen. Und ich hoffe, wir haben uns richtig abgeschlossen, dass sich uns da die Tür öffnet. Und nicht, dass uns das Spiel sagt, okay, du hast verkacken, jetzt kommen da super viele Gegner. So, gib mir doch nur mal eine Kiste, mehr will ich doch gar nicht von euch. So, gewandte Ältesten, das ist das Super-Unte-Älteste ist für unsere Werte Reader, 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 Reader. Reader, 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 Reader. Nö, das bleibe ich nicht hin. Hier, gewandte Ältesten. Okay, rüsten wir das Haus. Jo, gut, die Tür sieht aus, als ob es auf geht. Muss ich da jetzt nochmal drauf schießen. Jo, okay. Okay, und damit sind wir nun hier auf dem Weg zum Schwertum. Wir wollen, wie gesagt, Alexi hier aufhalten. Meine Gummis sind bereit. Meine Gummis sind bereit, eingesetzt zu werden. Und ich denke, es wird nun um Estelle gehen. Wir kämpfen nun mit allem, was wir haben, darum, unsere geliebte Estelle zu retten. Das Kind des Vollmordes, was reingeboren wurde, ist in diesen Fluch aus Zerstörung und für so viel Chaos gesorgt hat, obwohl sie nur für das Gute sorgen wollte. Und dieses Monster Alexi hat sie benutzt. Es ist noch nicht das große Finale, aber es kommt schon ziemlich nah hin, Mann. Und es ist Zeit, Alexi für das zu bestrafen, was er hier, Estelle, was er uns, was er der Welt angetan hat. Zeit für die Rache. Beim letzten Mal haben wir noch die Überlebenden getroffen, die aus der Unterstadt waren. Die sind nämlich auch alle am Leben. Und dort ist Alexi mit der Gefangenen Estelle. Zeit, die Typen fertig zu machen. Das war's. Sorry to be a bore, but let's say I refuse both of those I'd be happy to decide for you The princess was splendid her power equals the ancient children of the full moon Every person has a role and the princess has played her part Exceedingly well if she's done her part then we'll take her back right now As you wish Estelle Hey Estelle snap out of it Wait it looks like she's being controlled That's not fair that's not fair Alexei What would you do with the princess now? Her power has subsumed her will entirely Her power has finally been controlled By a system I have put into place Blastia that go out of control Must be destroyed You should know that Don't talk about Estelle like she's just some thing Oh but the princess was a tool most crucial to my plans As were you shuan And since you survived I will use you again Return like the puppet you are Sorry, but you buried that poor schmuck alive yourself I'm Raven Pleased to meet you We all have a role to play But each person has a say in what that role is Even though so many live such meaningless mundane lives I think not If they choose that life then so what? That's what deciding for yourself means You have no right to decide whether they're meaningless or not How unfortunate We will never see eye to eye No Estelle Estelle Don't do this Damnit I can't I can't It's so furchtbar man I can't And that's bad Alexi Is just there and wartet On us Estelle Snap out of it I guess we don't have a choice That damn cunt Come Estelle I'm sorry we have to hurt you Estelle I'm sorry we have to hurt you I mean you see she is not ultimative stark But And then she can heal and then And then her strength of the kind of Fullmodus einsetzen Aber was sollen wir denn sonst machen man? Ich weiß es nicht Weil wenn wir jetzt nicht gegen sie kämpfen Dann gewinnt Alexi Aber wenn wir sie töten Dann haben wir im Endeffekt das getan Was Farrier sich von Anfang an gewünscht hat Dann Hätte unser Abenteuer eh gleich ganz anders aussehen können Alter sie dauert doch nicht so was das so wehleidig tu man Das ist ja noch viel schlimmer Kann mich mal jemand heilen? Danke Ah Estelle Kommt Ist zurück man Das ist doch so furchtbar man Ich will sie nicht töten aber Ich dachte vielleicht können wir sie mit der Blume hier wieder zurück bringen Klappt doch nicht Es tut mir leid Estelle Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Es tut mir leid Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Das ist mein Plan, die Erwachsenung des true Kindes der Full Moon. Das ist mein Plan, die Erwachsenung des true Kindes der Full Moon. Das ist mein Plan, die Erwachsenung des true Kindes der Full Moon. Das ist mein Plan. an mir so it's that ring we saw on the mural success at last at last i have done it behold the greatest remnant of the ancients the enduring shrine of zaudi the ultimate blastia which once obliterated the catastrophe that threatened our world that's a blastia maybe you could say this little speech until you get some alone time you're embarrassing yourself the show i am afraid is over it is time for the final curtain now princess do your friends the favor of separating their heads from their bodies bastard none of this would have happened if you hadn't insisted on coming here oh how the poor girl will feel when she comes to her senses farewell damn you alexei white get back here alexei estelle don't please before i can hurt anyone else please kill me manchmal muss man tun was getan werden muss auch wenn es bedeutet unsere beste freundin unsere liebe zu töten what the hell do you think you're doing i i i no that's what the hell do we here genau das denke ich mir auch man also äh die blume haben wir aktiviert aber ich dachte sie kommt da wieder zurück aber es ist wurscht was wir machen es endet doch so oder so darin dass wir estelle töten müssen es war es ging ja immer darum was tun wir wenn wir unser mädchen finden was tun wir mit ihr tun wir sie sie retten aber wie wie sie ist komplett unter der kontrolle hier von ihrer kraft und was sollen wir nun machen es ist so putzig man wie sie hier kämpft man und ich will auch nicht gegen sie kämpfen aber was ist das ich will auch nicht gegen sie kämpfen und ich will auch nicht gegen sie kämpfen aber was ist das ist unsere option die welt untergehen zu lassen übrigens ist das sehr gute kampfstadt komm schon so schnell wieder gummi rein ist das das ende ist das das ende von allem und was er beschwörte er hat hier diese waffe beschwört aber was hat er damit vor ich dachte diese waffe wurde damals benutzt um den adephargis zu bezwingen aber der adephargis ist doch noch gar nicht da ja komm zurück zu uns estelle ah 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 eu ich ich hier die r Ah! Du hast es, Estelle! Du bist du wieder! Warte! Das System! Es war in der Beobachtung von Alexei. Without das... Ich kann's... Ich kann's stop it now! Everyone, run! Don't worry, we're not gonna lose you! I might be able to use his system. Amazing. It's synchronized with Estelle. Interference deactivation data. A formula to isolate surplus air. But what could possibly take the place of the Apatheia? What about this sword? This is the original that Alexei based his on, right? Let me try it. Let me help. I'll keep track of the flow of air. Me too! I'll help out. Oh, damn this useless body. Please, everyone! What did I say? We're not gonna lose you. When Brave Asperia does something, we do it right. Okay. Yuri, the sword! Here! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 So, auf den Schwertum will ich eigentlich nicht hoch, aber ich denke, da können wir auch nochmal hoch, oder? Nö, muss ich auch nicht. Okay, ich bin, wie gesagt, eigentlich nur auf der Suche nach Estelle. Hm, also, Yoda wird jetzt hier übrigens der nächste König, das finde ich übrigens nicht gut. Ich meine, Yoda ist zwar ganz in Ordnung, aber ganz ernsthaft, wir wissen, es gibt nur eine, die auf den Thron gehört. Das ist Estelle, Queen Estelle, Herrscherin über die Macht des Vollmondes, Auslöscherin der Welt. Äh, Entschuldigung, den sonst müssen wir nochmal überdenken. Den sollten wir vielleicht echt nochmal überdenken, den sonst. So, ich habe noch keinen einzigen, unsere Freunde hier irgendwie gesehen ist, er sagt, Judith, aber hier, wird irgendjemand sein, oder? Na, das ist immer wo, Flimbo, oder? Nö, ah, Carol Repeater, unser Freund aus der Unterstadt, sehr schön. Was ist, Carol? Oh, Yuri, take a look, it's as good as new. Good to see you're as useful as ever. That's not yours, though, is it? It's mine. Thanks. This boy's been fixing up all the stuff that got knocked around in that commotion. He even went back to the lower quarter to pick all these things up. Ha, actually, Repeat found most of it. These are my favorite shoes, and you can't hardly see where they got torn. This guy's awesome. He sewed up a dress that was very important to me. Thanks again for that. Are you sure about doing this, Carol? Tomorrow's the final battle. It's okay. I was actually a little worried. I couldn't really sleep anyway, when I started thinking about the battle tomorrow. I just thought, I might as well help out if there was anything I could do. Huh. I didn't think Repeat would want to come help, though. I was a little surprised. He probably guessed what you were thinking. He doesn't just go along with anything. Ha, ha, yeah, I guess. Well, don't push your luck. Ah, come on, Repeat. Oh, this boy's got a bright future ahead of him. You are looking at the esteemed boss of our guild. You might learn a thing or two from him yourself, you know. I walked right into that one. Memories support the heart. And our dearest possessions are the vessels for those memories. Thank you, young man. I'll just do a little more. And then I'll call it a night. Okay, just don't overdo it. Yeah, I know. Irgendwie schön, weil, äh, okay, genau. So, jetzt schauen wir mal, was hängt noch zu sagen. Hab mittlerweile bald, Mann. Ich habe nicht mehr lange zu leben. Danke, Juri. Du hast wirklich für uns eingesetzt. Naja. So, mindestens, äh, ganz nett. Juri hat dazu Carol gesagt, dass sie nicht mehr, also, Carol hat ihn darum gebeten, dass sie ihn nicht mehr Boss nennt, bis er es sich verdient hat. Und ich denke, langsam können wir wirklich sagen, dass er es sich verdient hat, dass wir ihn Boss nennen, Mann. Und nicht nur, dass er uns hier, äh, gerettet hat, als wir hier angegriffen worden sind. Oder, warte, lass mir wissen, wenn ich aus... Ja, genau. Erstmal schauen wir, was es den Leuten geht. Äh, sondern er hat, äh, hier auch... Ja, er hat sich einfach... Er ist einfach ein besserer, mutigerer Mensch geworden, als er es jemals davor war. So, wir gehen ins Gefängnis. Das ist ganz sicher, Raven. Bin mir ganz sicher. Und, ja, das gefällt mir. Ich finde es, wie gesagt, schön. Es ist immer so, die Ruhe nochmal vor dem finalen Sturm. Und auch, wenn wir nicht wissen, ob der Sturm uns einfach wegreißen wird, haben wir doch hier nochmal eine entspannte Nacht vor uns, bevor wir dann hier, ja, auf unser letztes Abenteuer so ein bisschen ausziehen gehen. Alter Mann. Oh, well, I guess I can see that. What do you mean? Huh, well, it's just... She's so serious. Gotta be careful not to rub her the wrong way. I'm not rubbing anything anyway. Well, you most certainly can't please all the people all the time. I guess you're right. Well, just thinking about stuff. With all we've been through, I guess I'm just trying to figure out what I should do with myself. But I keep coming up empty. Change wears me out. You chose your own life. At this point, you should be able to do anything you want. How do I put it? I already died once. Now I'm thinking about a bunch of stuff. But I guess thinking about settling things with Alexei is enough for now. The rest will probably come out in the wash. Sounds okay to me. Speaking of settling things, I filled Estelle in on all the stuff that happened. Guess what she did? She said I had to let her do the same thing everyone else did. So she smacked me on the head. Called it even. That's Estelle. It kind of hurt actually. Well, I think I'm gonna catch my shut eye in here. Suit yourself. Try not to oversleep for once though. Right, I mean, that's so crazy. Man, von allen Orten, die er sich aussuchen könnte, sitze sich die Gefängnistelle an. Wo sein Abenteuer, zumindest der, wo wir ihn kennengelernt haben, begonnen hat. Und das finde ich geil, man. Estelle sagt, okay, ich möchte auch so das machen, was alle anderen gemacht haben. Damit wir alle wieder fair und square sind. Alle wieder gleich sind. Bäm! Und dann kommt was. Achso, deswegen liegt er wahrscheinlich da unten. Die Leute haben gedacht, dass er die Prinzessin angreift. Und daraufhin wurde er dann mit einer Kopfnuss niedergesteckt. Okay, Leute. Da haben wir jetzt noch Rita und die gute Estelle. Und da will ich jetzt eine wunderschöne Szene sehen, wie Rita Estelle umarmt. Und danach müssen wir noch Patty finden. Und dann würde ich sagen, geht's richtig los. Bis zum nächsten Mal dann. Haut rein und auf Wiedersehen. Ciao.